Moin, da sind sie irgendwann doch noch gekommen. Warten wir jetzt auch schon lange genug drauf oder haben lange genug drauf gewartet. Kommt im Koffer daher, der schon mal toll ist, ganz interessant bei der Tanfoglio ist, ihr bekommt Austauschfelder mit. Der ganze Apparat in 6 Zoll macht schon ordentlich Eindruck. Wenn du die in die Hand nimmst, willst du die haben. Kurzwaffen in aller Kürze. Tanfoglio Goldmatch BDS. Wenn du Rechtssender bist und mit dem rechten Daumen bis zum Verschlussfanghebel kommst, dann hast du schon mal die halbe Miete. Ihr habt eine sehr große, gute Sicherung. Wäre jetzt auch schlimm, wenn mir der Abzug nicht gefallen würde. Die hat ein Gesamtgewicht unter 1300 Gramm. Hartverchromt. Polygonlauf. Dieser 6 Zoll Lauf ist halt schon eine geile Nummer. Der ganze Apparat schreit, nimm mich, behalt mich, pfleg mich. Weil sowas musst du natürlich auch entsprechend pflegen und kannst es nicht mal nach der Benutzung in die Ecke werfen. Ihr habt zwei 15 Schussmagazine dabei. Ihr habt Holzgriffschalen mit einer tollen Fischhaut, nenne ich es jetzt mal. Die Maserungen hier hinten und hier vorne geben euch zusätzlichen Halt. Den Verschluss mit der rechten Hand zu schließen, gestaltet sich ein bisschen schwierig. Außer man hat Hände wie der Olaf. Olaf hat so große Hände. Jetzt langt. Also sind auf jeden Fall Hände, vor denen man sich hüten sollte. Ja, zurück zum Thema. 6 Zoll Lauf. Echt schön beim Schlitten ist, dass du hier auf den Lauf gucken kannst. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr habt eine verstellbare Kimme. Standard Korn, sage ich jetzt mal. Wenn du die Waffe siehst, hat die so einen Haben-Will-Faktor. Die kommt im roten Tankfolio Koffer mit einem zweiten Magazin, mit so einem kleinen Reinigungsset. Kostet, glaube ich, UVP von um die 1700 Euro. Plus Minus. Ist ihr Geld aber allemal wert. Tankfolio Gold Match BDS 6 Zoll, 9 Millimeter Luger. Ist einfach ein geiles Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.